Willkommen zurück hier bei Let's Play Uncharted The Lost Legacy. In der letzten Folge. Ähm. Oh oh. Jetzt sind wir am Arsch. Komme ich da noch irgendwie rüber? Oh, ich bin runtergefallen. Was ein Trauerspiel. Ähm. In der letzten Folge. Haben wir dieses Ding hier angefangen. Und wir müssen das jetzt alles mal ein bisschen. Beobachten. So. Der ist halt jetzt schon getriggert. Gleich geschafft. Okay. Das hat schon mal funktioniert. Komm hier rüber. Verstanden. Äh. Auch ein bisschen schneller als gedacht. Und die nächste Nummer. Oh damn. War klar, dass noch was kommt. Woher wusstest du das? Alle guten Dinge sind frei. Hä? Wird's noch so? Naja, mich würd's auch nicht wundern, wenn da noch ein bisschen mehr kommt. Aber ich glaub, wenn man das Prinzip so ungefähr verstanden hat. Ist es gar nicht mal so schwierig? Oh oh. Der ist jetzt schon sauer. Das heißt, der haut uns das Ding jetzt wahrscheinlich voll vor die... Ja. Nicht schon wieder. Na gut. Das heißt, wir sollten eventuell dieses Mal geradeaus laufen. Ja, das war irgendwie jetzt auch nicht so hilfreich. Kommt das? Drehen die sich vielleicht auch nicht immer ganz zurück? Ich bin mir nicht sicher. Okay, er ist noch nicht getriggert. Aber jetzt... Bin ich da drauf safe? Da wär ich's auf jeden Fall. Oh oh. Oh. Hm, vielleicht hätte ich doch geradeaus gemusst. Ich weiß es nicht. Na gut, aber wir waren schon relativ weit, muss man ja sagen. Okay. Geht's mir gut? Mir geht's gut. Hm. Der wird jetzt da draufhauen. Also bleibt uns nichts anderes übrig. So gut. Mann, er ist halt auch getriggert. Und er wird jetzt da draufhauen. Er... Hm. Er vielleicht nicht. Ach, als ob... Hast du letztes Mal schon gemacht? Ach, du hast wohl recht. Naja, nicht ganz. Also, äh... Ich überlege echt, ob wir uns vielleicht irgendwie hier einen Weg lang suchen sollten. Äh, wo haut das Ding jetzt drauf? Hier schon mal nicht drauf. Okay. Okay. Da wird er mich wahrscheinlich auch kriegen, oder? Über die Hälfte? Ja, sagen wir, über die Hälfte. Ja. 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 Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Er leuchtet noch nicht, ne? Oder auch nicht. Aber wir waren schon fast da. Ich glaube, ich hätte irgendwie noch einmal zurückgemusst, oder so. Behalte die Statuen und Symbole im Auge. Echt? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich glaube aber, die resetten sich doch jedes Mal. Ich glaube, der wird halt jetzt wieder da raufhauen. Oh, mein Haar. So. Jetzt haben wir es aber auch. Meine Güte. Das letzte war eigentlich somit das abgefuckteste. Also. Na, sieh mal an. Um was wetten wir? Zeig ich eine Art Schlüssel. Eins mit Sternen für dich. Mal sehen, was passiert. Was ist das? Ein uraltes Häuserler Puzzle? Hmm. Das passt irgendwie. Ja, also auch so wird es vielleicht passen. Vielleicht einmal komplett drehen. Ungefähr so. Ja. Schön, dich zu sehen, Shiva. Und jetzt? Hi. Jetzt drehen wir diese Kurbel und schauen, was passiert. Ist das sicher? Du weißt schon, dass Schatz suchen nichts für Angsthasen ist, oder? Söldnerin sein auch nicht. Mit dem Unterschied, dass ich weiß, was passiert, wenn ich den Stift aus einer Granate ziehe. Auf meine Art macht es mehr Spaß. Hast du das gehört? Spülst du das? Mhm. Wow. Racer. Sieh mal. Unglaublich. An der Seite des Berges ist ein riesiges Relief eingemeißelt. Und du dachtest, wir drehen an dieser Kurbel und gehen drauf. Gut, dass ich eine Archäologentochter dabei habe. War bestimmt eine tolle Kindheit, was? Ja, meistens schon. Ich hab viel gelernt. Das reichte Häusaller, aber... ...und sein Steckenpferd. Hat ihn aber viel Zeit gekostet. Also, ich will an der Schatzjagd auch ein bisschen was verdienen. Na klar. Ich riskier mein Leben auch nicht umsonst. Das glaube ich dir. Wie eine Armee anzuführen, was? Eine große Verantwortung. Liegt mir im Blut. Ist die Firma meines Vaters. Er ging in Rente, ich rückte nach. Familienbetrieb? Hm. Ich hab's total versaut. Aber das weißt du ja. Hab gehört, du stehst den Drake-Brüdern sehr nah. Ja, naja. Heben wir das Thema für ein andermal auf. Also, wohin jetzt? Das Vor im Seebett ist sicher auch ein Blick wert. Und wahrscheinlich das Vor über den Wasser fällen. Okay. Einfach so aufgetaucht. Interessant. Ah, das hatten wir hier ja schon mal so ungefähr gesehen. Hm. Äh, ja. So passt's auch. Was klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul scheint man nicht ins Warten. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich scheitere. Das kenne ich. Aber andererseits? Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon schwer genug. Man muss alle Möglichkeiten ausnutzen. Okay. Ich versuche gerade irgendwie mal so ein bisschen rauszufinden, wo wir überhaupt hinwollen. Ähm. Und so wie es aussieht, wollen wir in exakt die andere Richtung. Oh, die Waffe ist gut. Ja, moin. Äh. Okay. Etwas kürzere Ladezeiten wären schön. Das hab ich mir auf keinen Fall angewählt. Doch schon. Ach komm. Noch jemand? Alles sauber. Mal sehen, was wir hier haben. Ein bisschen Munition fände ich nice. Naja. Hier sind es auf jeden Fall wieder drei Stifte. Ich bin nicht so der Fan von diesem Gewehr. Und gute Munition gibt's hier jetzt auch nicht. Wo hab ich geparkt? Da vorne. Perfekt. Dann kommen wir immerhin schnell wieder weg. Oh, damn. Jeder, wie er kann. Okay. Ist das das, wo wir hinwollten? Ja, sieht so aus. Hm. Na gut. Reifenspuren sind auf jeden Fall schon am Start. Meine Güte. Und wie sind die hier hergekommen? Äh, okay. Na gut. Wir fahren mal hier lang. Wow. Unglaublich. Du hattest recht. Willst du näher ran? Sicher. Interessant. Wird das jetzt wieder so ein Abfuck? Atemberaubend. Was schätzt du, wie lange es dauert, sowas zu machen? Jahre. Vielleicht Jahrzehnte. Die Häusler verstanden sich echt auf Bildhauerei. Und auf Krieg, wie es scheint. Das hier wurde sicherlich zur Feier ihres Sieges über die Perser gemacht. Haben sich offenbar tapfer geschlagen. Das haben sie. Leider war es nicht von Dauer. Aber ihr Verlust ist unser Gewinn. Stimmt's? Das Bild kommt mir bekannt vor. Dieses Bild entspricht genau dem auf der Scheibe. Und das bedeutet? Ich weiß nicht. Aber anscheinend müssen wir noch zwei Symbole finden. Alles klar. Okay. Und was wurde hier jetzt aktualisiert? Ich meine, das hier können wir dann, glaube ich, streichen, oder? Oder irre ich mich? Hm. Also dann, los geht's. Ähm. Die Frage ist, ob ich da runterfahren möchte. Ach komm. Fuck it. Das sieht ja interessant aus. Nö. Da komme ich nicht mehr durch. Wäre ja auch zu einfach. Gut. Gut, wir schauen noch einmal kurz auf die Karte. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal weiter im Süden um. Ich habe keine Ahnung, wo wir genau hinfahren, aber hm. Einfach mal auf gut Glück. Da hinten ist auch wieder so ein Tempel-Ding. Ups, ein Stein. Hm. Hm. Äh, ja. Das war ja gar nicht verschwendete Munition. Oh, oh. Oh. Oh, da ist noch einer. Munitionsmäßig sieht es jetzt aber nicht mehr so nice aus. Äh, mit beiden Waffen? Hast du irgendwas Automatisches? Wohl eher nicht, ne? Die Frage ist, was bringt mir das? Hm. Hier haben wir schon mal eine Kiste. Die, äh, durchwühlen wir erstmal. Und dann gucken wir, was wir hier noch so an Munition finden. Vielleicht ist da ja auch mal was Gutes drin. Wer weiß. Hier ist es. Hier ist es. Ähm. Ich will diesen Schatz haben. Die Pistole. Pff, ich weiß ja nicht. 20 Schuss, ja gut. Was ist das? Taugt das was? Naja, besser als nichts, ne? Na gut. Dann machen wir uns auf den weiteren Weg. Aber ich würde auch eigentlich sagen, an der Stelle setzen wir dann mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Boah, die Zeit geht gerade so schnell um. Äh, und dann werden wir einfach mal gucken, was uns in dem nächsten Schloss Dingens erwartet. Bis dahin. Wir sehen uns in dem nächsten Mal. dem.